Willkommen zum zweiten Teil des Themas Icon-Gestaltung und nachdem ich ja jetzt beim letzten Mal schon eine Einführung darin gegeben habe, was es damit auf sich hat, was wir unter Icons eigentlich verstehen und was Icons und Text idealerweise kombiniert werden sollten, geht es nun los, dass wir uns mal so Eigenschaften verschiedener Zeichen- und Icon-Arten uns angucken wollen und dann auch Anforderungen erheben wollen, wie denn ein Icon auf gute Art und Weise gestaltet werden kann, damit es ergonomisch gut ist und damit es keine erzwungenen Sequentialitäten hervorruft. Denn denkt daran, das ist ja unser Hauptkriterium, unsere Hauptforderung, die Reduzierung erzwungener Sequentialität. Wir müssen zunächst mal zwei Begrifflichkeiten einführen und auch vor allen Dingen auseinanderhalten können. Und zwar geht es um arbiträre Zeichen und um bildhafte Zeichen. Die stehen sich größtenteils entgegen. Nicht ganz, wir werden gleich sehen, dass es noch ein bisschen komplizierter ist, aber die Bildhaftigkeit vor allen Dingen ist etwas, auf das wir sehr, sehr stark noch zu sprechen kommen. Fangen wir aber mit arbiträer an. Was heißt arbiträer? Arbiträer heißt willkürlich. Und arbiträre Zeichen sind also willkürliche Zeichen. Willkürlich bedeutet in diesem Fall, dass es Zeichen sind, die mit dem, wofür sie stehen, nichts zu tun haben. Solche Zeichen gibt es viele, also ein ganz großer Teil unserer Schrift und Schriftkultur besteht aus arbiträeren Zeichen, die nichts mit dem zu tun haben, wofür sie stehen. Also alle die Beispiele, die hier stehen, dieses Paragrafenzeichen, dieses geschwungene Zeichen, eine Fünfenunzeichen, männlich, weiblich, diese Zeichen, alle Buchstaben, alle Ziffern. Das sind alles solche arbiträeren Zeichen. Die zeichnen sich dadurch aus, arbiträre Zeichen, dass sie erst einmal nichts abbilden und dass man sie beliebig auch vertauschen könnte. Also, wenn ich euch jetzt sagen würde, wir ändern jetzt die Buchstaben in unserer deutschen Sprache und anstatt ein A benutzen wir immer ein Ö und umgekehrt, dann hättet ihr damit eigentlich gar kein Problem. Natürlich würde eure Gewohnheit erst einmal für Schwierigkeiten sorgen, aber diese beiden Zeichen zu vertauschen ist völlig unkritisch. Das heißt, das sind arbiträre Zeichen an dieser Stelle. Da rechts auf der Seite sehen wir auch zwei arbiträre Zeichen, die vielleicht die von euch kennen, die Polen sind oder die schon mal sehr häufig in Polen gewesen sind. Denn was bedeuten diese beiden Zeichen? Kann ich es dem Zeichen irgendwie ansehen, wofür es steht? Nein, das ist einfach ein Kreis und ein Dreieck. Hat das Zeichen Ähnlichkeit mit irgendetwas, wofür es stehen könnte? Toilette, wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wofür es steht. Aber diejenigen, die ich gerade angesprochen habe, also es hat was mit Polen zu tun, diese Zeichen stehen für öffentliche Toilette. Und dann ist es so, dass, wenn ich mich nicht irre, der Kreis für männlich steht und das Dreieck für weiblich. Vielleicht vertue ich mich aber und es ist genau umgekehrt. Kann natürlich peinlich werden. Also diese Zeichen, diese beiden Zeichen werden in Polen für öffentliche Toiletten und Hinweise auf öffentliche Toiletten benutzt. Da, in dem kulturellen Zusammenhang, werden diese Zeichen auch verstanden. Aber das Zeichen hat nichts an sich, was das, sagen wir mal, irgendwie notwendig machen würde. Ich könnte genauso gut auch sagen, ich nehme eine Rechteck und eine Raute. Auch das könnte für diese Funktion dann stehen an dieser Stelle. Das sind also auch arbiträre Zeichen. Was ist das Schöne an diesen Zeichen hier? Sie sind sehr einfach. Also ein Kreis, ein Dreieck, ganz einfache Zeichen. Arbiträre Zeichen haben das Potenzial, sehr einfach sein zu können. Denn sie müssen ja keine Abbildung von einem komplexen Objekt oder sowas sein. Deswegen kann man sehr einfache Formen und Figuren wählen. Das ist zum Beispiel bei Straßenschildern der Fall. Straßenschilder, vor allen Dingen die wichtigen, sind alle sehr einfache, sehr schnell erkennbare Figuren. Also erkennbar im Sinne von durch die Wahrnehmung aufnehmbare Figuren. Das heißt aber nicht, dass arbiträre Zeichen einfach sein müssen. Arbiträre Zeichen können auch durchaus sehr, sehr kompliziert sein und sehr komplex sein. Das ist aber selten. Ich habe mich auf die Suche begeben nach Icons, die arbiträre Zeichen sind, die aber gleichzeitig komplex sind. Ich habe eigentlich keine gefunden. Wenn euch welche unterkommen, dann schickt mir nochmal welche. Das würde mich ja mal interessieren, ob da was warum kommt. Bildhafte Zeichen sind quasi das Gegenteil davon. Bildhafte Zeichen sind Zeichen, die durch ihre physische Erscheinungsform Ähnlichkeit mit dem, mit etwas aufweisen, was dort abgebildet ist. Mit etwas Abgebildetem. Also dieser, unten sehen wir einen LKW. Dieser LKW sieht ähnlich aus wie ein LKW. Sonst hätte ich gar nicht gesagt, ihr seht da einen LKW. Wir haben auf der rechten Seite einen Zug. Dieser Zug ist, naja, ich habe auch jetzt schon wieder gesagt, es ist ein Zug. Also offensichtlich konnte ich das Objekt, Zug, dort wiedererkennen und konnte sagen, es ist ein Zug. Weil das, was abgebildet ist, einem Zug hinreichend ähnlich sieht. Wir haben hier an dieser Stelle aber eine Kombination. Denn außenrum, dieses Dreieck, das ist ein arbiträres Zeichen. Die Zeichen in der Mitte, diese beiden Verkehrsschilder, die sind, das ist ja auch ein Verkehrsschilder, aber diese beiden Verkehrsschilder in der Mitte sind reine arbiträre Zeichen. Und das Zeichen auf der rechten Seite ist ein so ein kombiniertes arbiträres Zeichen mit einem bildhaften Element in der Mitte. Bildhaftigkeit ist also etwas, was für uns eine gewisse Wichtigkeit hat. Und bei dem Arbiträren, da unterscheiden wir gleich nochmal zwischen Arbiträer und noch etwas anderem. Wichtig aber erstmal, ein bildhaftes Icon, das bildet ein Gegenstand ab. Das ist unsere Definition von bildhaft. Und der Vorteil ist natürlich, dass ich diesen Gegenstand dann erkennen kann, wenn ich denn diesen Gegenstand überhaupt kenne. Das heißt, es kann eine Wiedererkennung an dieser Stelle stattfinden. Ich gucke da drauf und ich erkenne sofort, was das ist. Wenn wir uns unten diese Skala hier mal anschauen, dann seht ihr auf der linken Seite Icons, die kann man nicht wiedererkennen. Zumindest nicht im Sinne von, ich habe da etwas Abgebildetes direkt wiedererkannt. Das sind arbiträre Zeichen und etwas anderes noch dazu. Wie gesagt, kommen wir gleich drauf. Und jetzt gucken wir mal auf die rechte Seite rüber. Da ist ganz einfach zu sagen, was das ist. Ich sehe einen Notizblock, ich sehe einen Pylon, ich sehe eine Diskette, ich sehe eine Erdbeere. Ein bisschen eine komische Darstellung von oben. Und dann geht es ein bisschen weiter nach links. Das sind Zeichen, die sind auch bildhaft, aber die sind ein Stück abstrakter dargestellt und verlieren dadurch einen Teil ihrer Bildhaftigkeit. Aber sind auch noch einigermaßen bildhaft. Ich erkenne eine Lupe, ich erkenne einen Briefumschlag. Jetzt haben wir noch welche, die stehen fast ganz links. Das sind zwei Icons, die sind eigentlich bildhaft, aber die Darstellung ist so komisch, dass man sie als bildhafte Icons schon fast nicht mehr erkennen kann. Was zeigt das linke der beiden Icons? Es zeigt eine Stiftspitze. So eine Stiftspitze und dann ist hier quasi der Kreis drumherum gemalt. Das habe ich nicht erkannt. Es hat lange gedauert, bis ich das erkannt habe, dass das eine Stiftspitze sein soll. Für mich sah das immer irgendwie mehr aus wie ein Lenkrad oder sonst irgendwie. Also ich habe das nicht erkannt. Dann, das daneben, habe ich bis, glaube ich, letztes Jahr nicht erkannt, nie erkannt, was das ist. Und ein Bekannter hat mir jetzt letztens noch gesagt, das ist es nie und nimmer, das könnte gar nicht sein. Aber was das wohl darstellt, ist ein Papierflieger. Und das ist ein Papierflieger so eigenartig in einer Perspektive von oben gezeichnet und so sehr vereinfacht, dass zumindest es mir nicht mehr gelangt, darin einen Papierflieger zu erkennen. Das Icon dient dann zum Abschicken, also dass es wegfliegt. Diese Zeichen sind so stark abstrahiert worden, dass sie fast ins Arbiträre rutschen für mich. Denn wenn ich nicht das darauf Abgebildete erkennen kann, dann bin ich eigentlich auf der linken Seite gelandet. Das Wichtige ist jetzt, ich habe jetzt mehrfach gesagt, man kann erkennen, was dort abgebildet ist. Aber man kann nicht erkennen, was das bedeutet. Und das ist wichtig. Also man kann nicht an einem Bild erkennen, wofür es steht. Das ist bei uns in der Icon-Gestaltung sehr, sehr wichtig. Immer merken, man kann nicht die Bedeutung eines Icons am Bild erkennen. Das geht nicht. Das kann man sich gut klar machen an diesem Bild. Das hatten wir gerade schon mal, dieser LKW. Das ist ein Sinnbild. So nennt es die Straßenverkehrsordnung. In § 39 sind diese Sinnbilder alle definiert. Und wofür steht dieses Sinnbild an dieser Stelle? Für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommenen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. Das steckt nicht in diesem Bild. Nie und nimmer kann dieses Bild das aussagen. Das funktioniert halt nun mal nicht. Und gerade Straßenschilder sind sowieso interessant in diesem Zusammenhang, dass man die Bedeutung nicht am Bild erkennen kann. Schaut euch mal diese Straßenschilder an. Das sind alles internationale Straßenschilder. Ich habe mich mal ein bisschen umgetan in entsprechenden Sammlungen und einige davon sind mir auch selbst schon mal untergekommen, als ich im Ausland war. Und da habe ich mich dann gewundert über die Straßenschilder teilweise. Was sieht man auf der linken Seite? Was zeigt das? Viele haben mir mal gesagt, es sieht aus wie Waschanlage. Dann sind einige draufgekommen, das ist die Darstellung für Nebel. Aber diese Darstellung selber ist schwierig, darauf auf Nebel zu schließen. Was zeigt dann das Rechte? Also das Rechts davon. Was ist mit diesem Auto los? Brennt das? Brennende Autos? Vorsicht, brennende Autos. Was soll das da heißen? Brennende Autos durchfahren verboten? Es heißt in Großbritannien, vehicles carrying explosives prohibited. Gut, wenn man es weiß, dann hat dieses Zeichen durchaus einen Hinweiskarakter darauf. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen bekommen. Ja und jetzt sehen wir hier zwei Bilder, die sind ja irgendwie sich ähnlich. Auf beiden Bildern ist eine altmodische Kamera abgebildet. Und solche Kameras sind ja heute selten im Betrieb. So eine Kamera mit so einem Balken vorne dran. Ja, was bedeuten diese Bilder? Bedeuten die das Gleiche? Ist doch das gleiche Bild. Nur andere Darstellung. Aber es ist das Gleiche, was abgebildet ist an dieser Stelle. Nein, sie bedeuten überhaupt nicht das Gleiche. Denn das Erste ist mal wieder aus Großbritannien und heißt Radarkontrolle. Gut. Das Zweite ist aus Spanien und ist da Teil eines Schildes und sagt aus Aussichtspunkt. Also interessanter Punkt, wo man sich hinbegeben kann, um zum Beispiel ein schönes Foto zu machen von der Bucht, die sich dann da öffnet. Ja und ihr seht da, es kann nicht in dem Bild gesteckt haben. Denn die Bilder sind ja austauschbar. Ich hätte das eine für das andere nehmen können und hätte damit eigentlich kein großes Problem gehabt an dieser Stelle. Die Bedeutungen sind zwei ganz andere. Die sind offensichtlich zugewiesen. Auch im User Interface kann man sich das gut klar machen. Wofür stehen diese Icons hier denn? Ja, dann sehe ich, dass offenbar häufig das gleiche Icon oder ein sehr ähnliches Icon in verschiedenen Programmen für ganz unterschiedliche Dinge steht. Oder zu verschiedenen Zeiten für ganz unterschiedliche Dinge stand. Guckt euch mal das Erste an. Da haben wir nur ein Beispiel für. Aber trotz alledem ist das eine interessante Sache, dass man nicht erkennen kann, wofür es steht. Eine Brille. Wofür steht die Brille? Die Brille steht in Safari, in dem Browser von Apple, für die Leseliste. Dann haben wir zweimal die Lupe. Und die Lupe sehr identisch abgebildet. Es gibt eigentlich keinen Unterschied in der Darstellung der Lupe. Zumindest keinen nennenswerten, der irgendeinen Unterschied rechtfertigen würde. Die Lupe steht aber einmal für Vergrößern, hier im Photoshop. Und einmal für Suchen, bei Firefox. Das ist aber erstaunlich. Das gleiche Zeichen. Dann habe ich zwei Pinsel. Einmal steht der Pinsel für Malen, in Photoshop. Und das andere Mal steht der Pinsel für Formatübertragen, in Word. Das ist eine Funktionalität, wo ich sagen kann, so wie ich den einen Absatz formatiert habe, möchte ich auch den anderen Absatz formatieren. Dafür gibt es diese Formatübertragungspinsel. Aber ich könnte doch durchaus in Photoshop auch das untere Icon verwenden. Das würde doch seinen Zweck gut erfüllen. Ja und dann, das finde ich besonders interessant, diese Weltkugel, die ja auch ziemlich ähnlich ist. Klar, die eine ist eine altmördischere Darstellung, die andere eine neuere und ist auch ein anderer Teil der Welt abgebildet. Aber so grundsätzlich erkenne ich da beides Male eigentlich das gleiche Objekt. Und es ist beides Male aus Windows und beides Male aus den Systemeinstellungen. Aber bei Windows 95 steht das für Sprach- und Regionaleinstellungen und bei Windows 7 steht das für Internetverbindung. So, und ihr seht, die Icons selber transportieren diese Bedeutung nicht. Diese Bedeutung erschließt sich nur durch den Kontext, dadurch, dass man es gelernt hat, was es im Kontext bedeutet und im Zweifelsfalle, was daneben steht. Dass auch der Kontext nicht immer hilft, das kann man sich hier an diesem Icon gut klar machen. Was sehen wir da rechts? Wir sehen ein Icon und das Icon zeigt einen Schlüssel. Wofür steht dieses Icon? Jetzt kann man sich alles Mögliche vorstellen. Wofür könnte ein Schlüssel entstehen? Verschlüsselung und all solche Dinge. Ich gebe euch mal den Kontext dazu. Ihr seht jetzt hier so eine Eingabemaske und das ist die Eingabemaske zum Ändern des Passwortes in macOS 10 oder macOS heißt das ja jetzt neuerdings wieder nur. Wofür steht denn jetzt der Schlüssel? Gibt der Kontext das her? Nein. Der Kontext gibt das auch jetzt nicht her. Denn auch jetzt könnte dieser Schlüssel noch für alles Mögliche stehen. Zum Beispiel vielleicht, dass man sich gar nicht mit einem Passwort anmeldet, sondern mit irgendeiner Zertifikatsdatei oder überhaupt einem Zertifikat oder irgendetwas anderem. Manche Leute haben ja auch gesagt, als ich das mal öffentlich gestellt habe, es könnte stehen für, naja, sowas wie Passwort überprüfen. Das wäre ja hier eine sinnvolle Funktion an dieser Stelle, aber dann haben sie fast mehr geraten, was für Funktionen hat man denn bei Passwörtern? Das Icon steht für Passwort generieren. Aber das geht nicht aus dem Bild des Schlüssels hervor und selbst in diesem Kontext ist das nicht eindeutig. Das heißt, die Bedeutung eines Icons an einer bestimmten Stelle, in einem bestimmten Kontext, muss immer, immer, immer erlernt werden. Man kann die Bedeutung eines Icons nicht aus dem Bild erkennen. Wenn es euch so ergeht, dass ihr in ein Programm kommt und da ist ein Icon und ihr wisst sofort, wofür es steht, dann habt ihr entweder sehr gut geraten, das kann natürlich möglich sein, oder es handelt sich um ein Icon, was eine gewisse Standardisierung erfahren hat. Und das gibt es natürlich. Es gibt natürlich Icons, die wir alle kennen und die ja immer gleich verwendet werden. Das ist auch in Experimenten festgestellt worden, als man Leuten zum Beispiel mal einfach Icons gezeigt hat und gefragt hat, wofür die eigentlich stehen. Das ist so in der Frühzeit der grafischen User Interfaces gemacht worden. Da hat man Leuten verschiedene Papierkorb-Icons gezeigt und hat gefragt, wofür stehen die eigentlich. Und die Leute kannten das größtenteils noch gar nicht. Das war noch gar nicht verbreitet. Und die Leute haben alles Mögliche gesagt. Die Leute haben gesagt, ja, das ist ein Kochtopf oder sonst sowas. Das hat also so rum nicht funktioniert. Heute sind natürlich viele Icons sehr verbreitet. Das heißt, es gibt eine starke Konventionalisierung bestimmter Icons. Also der Papierkorb wird als Papierkorb erkannt. Die Diskette wird als Icon zum Speichern häufig erkannt. Zumindest, wenn sie in einem bestimmten Zusammenhang untergebracht wird. Und auch die Lupe zum Suchen wird erkannt, wenn sie in so einem Texteingabefeld ist. Dann ist den Leuten dann klar, dass es sich hier um ein Suchfeld handelt. Das heißt, dieses Icon wird auch in dieser Form erkannt, einfach weil es sich um eine starke Konventionalisierung handelt. Experimente haben auch gezeigt, dass häufig die Position eines Icons am Bildschirm wichtiger ist, als das, was daran zu sehen ist. Darauf werden wir später zu sprechen kommen, wenn wir über eine stabile Umgebung, eine stabile Arbeitsumgebung, Objektumgebung sprechen werden. In einigen Wochen wird es dazu kommen. Das merkt man daran, dass diese Position wichtig ist, wenn sich Positionen verändern. Denn dann klicken wir mitunter die falschen Icons an, die Icons, die wir an einer bestimmten Stelle erwarten, ohne die Icons offensichtlich überhaupt wirklich richtig wahrgenommen zu haben. Oder wir merken es dann erst danach, dass wir eigentlich da das Falsche gemacht haben. Dieser Punkt aber, wie gesagt, später. Wichtig für uns jetzt nur, und ich wiederhole es nochmal, und auch wenn es euch auf die Nerven geht, es muss wiederholt werden. Icons helfen nicht dabei, zu erkennen, wofür sie stehen. Sie entlasten beim Wiedererkennen. Beim Wiedererkennen. Das heißt, wenn ich etwas hier ansehe und erkenne da einen Block, einen Schreibblock, dann hilft es mir, wiederzuerkennen, wofür das Ganze gestanden haben könnte. Dass das zum Beispiel die Kommentierungsfunktion ist, wäre eine Möglichkeit. Aber nicht direkt. Ich kann nicht aus dem Bild erkennen, wofür das Bild steht. Icons sind also nicht das Allheilmittel irgendwie und sind etwas, was gerade so auf wundersame Art und Weise uns erklären, erkennen lässt, wofür die Dinge stehen. Aber sie sind natürlich eine gute Ergänzung und gerade für die Schnelligkeit dieses Wahrnehmens und dann auch des Wiedererkennens gut geeignet. Aber damit das funktionieren kann, müssen Icons bestimmte Anforderungen erfüllen und um diese Anforderungen geht es im nächsten Video.